Sind Sie Mrs. Mooney? Wer sind Sie? Ich bin eine Freundin von Nico. Ich muss ihn finden. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe meinen Sohn seit zwei Jahren nicht gesehen. Er hat mir meine Kohle geklaut. Ich weiß doch gar nicht, wer Sie sind. Ich habe seinen scheiß Namen als Tattoo auf der Hand. Und was jetzt? Jetzt wollen Sie Geld? Vielleicht wenigstens fünf Dollar. Oh mein Gott. Sind Sie vom Housekeeping? Ja. Das ist Madison. Können Sie auf sie aufpassen? Also ich kenne mich mit Kindern nicht gut aus. Das ist zu viel für mich. Kein Mensch sagt einem, wie schwer sowas ist. Dauern sehe ich diese ganzen Frauen im Fernsehen und auf der Straße. Und sie machen alles richtig. Und ich weiß nicht, wie. Hi Margot, hier ist Steven. Ich habe von Larry Daniels gehört, dass du die Unterlagen schon eine ganze Weile hast. Also ich möchte dich nicht drängen. Unterschreib die Dokumente. Ich muss wissen, wo Nico ist. Ich bin seine Freundin, Tallulah. Wessen Baby ist das? Es ist seins. Was haben Sie vor, Lou? Wie war denn Ihr Plan? Ich wollte verheiratet sein. Und eine Familie gründen. Und wie lief es so? Eigentlich gar nichts. Sie haben mich beide verlassen. Ich bin Luisa Kinney. Ich bin vom Jugendamt. Ich habe einen Fehler gemacht. Bin ich ein furchtbarer Mensch? Stopp! Wir sind alle furchtbar. Und wir sind alle nur Menschen. Wenn du in Schwierigkeiten bist, ist das okay. Das hier ist deine Familie. Ich war sechs Jahre alt. Meine Mom hat mich auf eine Treppenstufe gesetzt und gesagt, ich soll warten. Ich habe sie nie wieder gesehen. Irgendwie denke ich, es ist besser, man wird nicht gebraucht. So kann man aber nicht leben. Die Kleine braucht sie. Das macht mich voll fertig. Dann werden sie groß und hassen einen und dann ist man wirklich fertig. Das macht mich traurig. Das ist so wahnsinnig traurig. Das ist das Traurigste auf der Welt. So traurig. Wo soll ich anfangen?